willkommen zurück zu hero 0 weiter geht es schon ihr seht 26 wieder gestiegen schon ich habe zwei neue pads das ist das der es hier aus dem event ist ein kurzen 34 tage winter mich als nächstes level wenn ich die minerale fällig ist nämlich immer erst mal den schufi gut kenne ich gar nicht einmal ein alpha bekommene hier wie auch noch den watson und den nilzen und dann lana wie auch noch also ich habe wieder petz genug das nur so nebenbei ich möchte und ich weitermachen hier ich habe zwar einmal schon fertig es war keine wende warum seine medaille olympia kein events da kein event kein event egal hier bin ich auch schon sind noch vier tage sieben stunden wünschen man sie könnte ein 60 punkten saisonpunkte also schon einiges geholt könnt ihr noch ein bisschen holen bei wohl auch noch machen und also auch noch ein bisschen gesendet des monats klar bis eines monats noch am ersten ersten achten oder gibt es ein neues mal sehen machen wir weiter sie noch trainieren 17 mal wieder abschnitt fertig kann man leider nicht sehen was man auch so kommt oder kann man doch noch kommt noch ein feld für eins buster steigen wir noch mehr wird man siebzehn mal trainieren heute weiß ich nicht heute morgen vielleicht am woche ende habe ich es wohl fertig ist natürlich hier weiter und jetzt ist das blöd immer das ja für münz natürlich ne aber auch schon mal die fünf duelle schon fährt die liga angriffe und die zehn schon fertig gemacht natürlich nicht die englische menschen das machen bzw 10 duelle wäre gut wie ein bonus mitnehmen trainieren ja auch noch 21 ich habe schon ein bisschen trainiert da ist mir nur krips erst mal ist natürlich nichts dort noch ein bisschen hier mache ich gerade die guten superkleber und die zironikmine reich beides upgraden natürlich auch mehr mehr bekomme pro stunde ganz einfach die hier kann aufgabe also wochenaufgabe diesmal sondereinsätze mich auch dabei ich habe schon ein halber geschafft von 45 nur den habe ich leider jetzt noch nicht geschafft die muss ich hier mich nach 17 minuten warten ich habe schon mal verkürzt der firma die nur einmal machen machen okay mach mal so der gescheitert super die grund nie so gemacht machen wir mal unmöglich schaffe ich nicht die hier anders selbst für nehmen können die kondition setzten beispiel mehr hp ein zweiter kampf so viel aber per mili nun gekostet noch zehn freunde bitte alle auswählen sagt gibt mir eure ferne die nun kürzen jeweils eine halbe stunde man kann probieren ruhig aber noch acht ich kann keiner mehr machen die batterien erhöhen maximal 16 stück aber nee 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 das mag und ich habe mir ein paar jetzt gemacht drei gewonnen vier gewonnen und sie aber schon welche dabei sind ein bisschen sehr weiter ich habe jetzt bin gerade auf das neun okay drei stück geschafft sehr hoch natürlich nicht mehr sondern sondern setzt auch so eine sache nicht wie die nicht wirklich was für mich beziehungsweise schurken so für auch mal so blöd aber dass man schon machen natürlich wegen fertig jetzt punkte vor allem wenn ich verkehrt wenn ich verkehrt das nur so nebenbei ja wie das versteckt natürlich dabei überkleber zionit manufaktur und manche spät irgendwann spätestens mini ein bisschen mehr machen ist ein wichtiger gerade mal jetzt hier auf 17 dies 18 dies 15 und sie ist auch 15 ich habe ich auch jetzt erst mal gemacht jetzt machen auch die beiden dauert alles ein bisschen halt ne alles schon ruhig einmal durch ich bin auf dem weg zu 300 natürlich noch ein bisschen aber schon mal fast 300 immerhin sobald bist du 18 viel zu viel blödsinn will ich nicht machen das sagt wie das trainiert ich richtig nachher noch klar weil ich nachher noch machen auch schon eine verbedingung mehr bekommen schön 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 das sind durch boos dann immer dieselben hier die beide er ist eigentlich blödsinn arbeitsbooster mit ausbeuteten zelt versteckt ja kommt die auch mitnehmer sonst noch reicht eigentlich der hier der reichert ja nicht vollkommen mich jetzt durch missions booster der lüfte der zeit also was auch weniger energie dafür und vor allem hier ein fähiges booster dass ihr höhere grundfertigkeiten habt die grundwerte das sind schon jeweils schon sehr gut sind sind mich ein bisschen höher jetzt hier auch schon wir sehen wir haben nur grips erstmal auch so auf 8000 gucken mit dem petter nachher wird ne klar wieder bisschen verschieben dann da erstmal moment zumindest noch grips was hat am schlechtesten ist also mit am schlechtesten von den drei werten die ganze saison set komplett zusammen eigentlich noch ja hier natürlich noch die tue eigentlich rein so jetzt wäre komplett wegen waffe und den gadget sie wieder bisschen verschoben jetzt hätte nicht ausgerechnet gehabt eigentlich noch da haben mich eine modifikation habe ich gar nicht es ist mich 162 punkte besser deswegen will ich die eigentlich drauf haben sich doch höher muss ich hätte nicht ausgerechnet gehabt ist gar nicht gemacht egal wenn ich wahrscheinlich so so weg packen mal nächste saison und sowieso wieder neue sachen muss jemand drauf achten ich habe glaube ich habe die modifikation für den schon verbraucht wenn ich darauf geachtet gehabt er sagt dann wenn das mal auch machen wollt darauf achten ja klar ich habe leider wer pennt egal sondern die macht natürlich macht nur die rechten wiederholung nicht den hartmut erzählt nicht jetzt ganz und gar nicht nur den rechten als er ganz neu natürlich machen das ist klar oder die wiederholung nur die zählen für die wochen wochenturnier nur die beiden egal welche jeder von den zählen macht völlig egal wie hoch ihr im harten motrat völlig egal natürlich auch jetzt und auch nicht machen ja es aber auch schon 297 müssen jetzt mal machen welche ich wohl auch dann machen als nächstes eingreifen mit akku doch mal einmal probieren wir mal aus ja das sind die sonde ein satz kämpfe leider 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 die passen sich in eurem level ordnung und fähigkeiten fähigkeiten an der blöde daran kann also nicht da am stück machen 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 über fernbedehnung oder halt viele donuts deswegen sind die beiden unter dem schurken angriffen nicht unbedingt meine freunde für die überkommen aber okay egal egal natürlich weiter aber hier unsere mission machen können wir können trainieren duelle machen also mehr als genug zu tun wo auch dann auch dort mal zu stärker werden so was nehmen wir jetzt 519 zwischen uns gut hier immer das hier habe ich dann schon genau noch die versteck ein versteck kampf richtig gewinnen gewinnen ist er darauf achten ein thema sonst nalt für zwei donuts feststellen sich nicht gerade schafft egal sollte kein thema sein ja sonst wie sagen das war es vor uns sehen muss die nächsten folge von new zero bis dahin schön mit öl